Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Video im Immobiliarsachenrecht. Heute geht es um die Vormerkung. Warum gibt es die Vormerkung und wieso braucht man den Schutz seiner Vormerkung überhaupt? Das hat mit der Trennung vom schuldrechtlichen und dinglichen Geschäft zu tun. Mit dem Kaufvertrag hat sich der Verkäufer, nennen wir ihn Elias, schuldrechtlich gebunden, das Grundstück an Käuferin Katrins zu übereignen. Dinglich ist zu diesem Zeitpunkt dank des Trennungsprinzips noch nichts passiert. Es kommt erschwerend hinzu, dass der dingliche Erwerbsprozess, Sie erinnern sich, Einigung, Eintragung, Einigsein, Berechtigung, durchaus Zeit in Anspruch nehmen kann. Der Verkäufer Elias bleibt weiter Eigentümer, bis dieser Übertragungsprozess mit allen Tatbestandsvoraussetzungen abgeschlossen ist. Verkäufer Elias ist leider ein Schuft und verkauft und übereignet das Grundstück entgegen seines Kaufvertrags an Emily statt an Katrin. Käuferin Katrin steht dann blöd da. Der Verkäufer Elias ist der Käuferin Katrin zwar schadensersatzpflichtig oder bekommt den Kaufpreis dank Rücktritts zurück. Doch Geld ist manchmal nur ein schwacher Trost, wenn Käuferin Katrin das tolle Grundstück mit Seeblick haben wollte. Hätte Käuferin Katrin sich eine Vormerkung eintragen lassen, wäre das nicht passiert. Widerspricht eine Verfügung von Elias der Vormerkung, so ist diese widersprechende Verfügung nach § 883 Absatz 2 BGB gegenüber der vormerkungsberechtigten Katrin relativ unwirksam. Relativ unwirksam heißt nur gegenüber der vormerkungsberechtigten Katrin gilt die Verfügung als unwirksam. Materiell rechtlich gilt Elias dank dieser relativen Unwirksamkeit als verfügungsbefugt. Nach dem formellen Grundbuchrecht bedürfen rechtsändernde Eintragungen im Grundbuch jedoch auch einer Zustimmung des Betroffenen. In diesem Fall der inzwischen eingetragenen Emily. Emilys Interesse an der Abgabe einer solchen Erklärung ist äußerst begrenzt. Sie will ihr Grundstückseigentum nicht verlieren. Wie kommt Katrin nun an diese Zustimmung? Katrin kann mittels § 888 BGB die vormerkungswidrige verfügungsbegünstigte Emily verpflichten, der Eintragung zuzustimmen, die den durch die Vormerkung gesicherten Anspruch verwirklicht. Den Anspruch aus § 888 BGB werden Sie in der Vorlesung näher besprechen. Die Vormerkung würde Katrin übrigens auch schützen, wenn Elias das Grundstück mit dinglichen Rechten belastet, wie zum Beispiel einer Grundschuld. Katrin gegenüber wäre auch eine solche Verfügung, der Vormerkung sei Dank, relativ unwirksam und Katrin könnte sie löschen lassen. So, jetzt haben Sie schon gesehen, wie die Vormerkung funktioniert. Doch wie bekommt man nun eine Vormerkung ins Grundbuch? Bislang haben wir immer nur davon gesprochen, sich eine Vormerkung eintragen zu lassen. Genau dieser Frage werden wir heute nachgehen. Zunächst als Ersterwerb der Vormerkung vom Berechtigten und so dann in der Form des Zweiterwerbs vom Berechtigten. Zum Abschluss werden wir noch einen Ausblick auf den gutgläubigen Ersterwerb und den gutgläubigen Zweiterwerb der Vormerkung wagen. Noch zunächst zum Ersterwerb der Vormerkung vom Berechtigten. Bitte lesen Sie nun die Paragrafen 883 und 885 BGB und leiten Sie sich ein Schema her, wie man die Entstehung bzw. den Ersterwerb einer Vormerkung prüfen sollte. Im Anschluss markieren Sie bitte alle Prüfungspunkte, die Sie für relevant halten. Dieses Feature steht Ihnen nicht zur Verfügung, wenn Sie dieses Video über YouTube sehen. Sind Sie soweit? Wundervoll! Dann gehen wir das Schema gemeinsam durch. Sie benötigen eine Bewilligung oder einstweilige Verfügung, eine Eintragung im Grundbuch, einen vormerkungsfähigen Anspruch und die Berechtigung des Bewilligenden. Das Schema ähnelt dem Schema, das Sie aus Paragraf 873 als Grundschema des Immobiliarsachenrechts kennen. Es gibt jedoch zwei wichtige Unterschiede. Für die Vormerkung ist keine Einigung, sondern einseitig eine Bewilligung oder bei Unwilligkeit eine einstweilige Verfügung erforderlich. Ohne das Erfordernis der Einigung gibt es folglich auch kein Einigsein im Zeitpunkt der Eintragung. Allerdings ist die Vormerkung, wie Sie in § 883 BGB gelesen haben, ein accessorisches Recht, sodass ein vormerkungsfähiger Anspruch vorausgesetzt wird. Betrachten wir jetzt die Voraussetzungen im Einzelnen. Eine Bewilligung ist eine einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung. In der Vorlesung werden Sie diskutieren, wann ein Anspruch auf Bewilligung einer Vormerkung besteht. Ist eine Bewilligung nicht zu erhalten oder eilt ist, kann die Bewilligung auch durch eine gerichtlich erwirkte einstweilige Verfügung ersetzt werden. Ebenso konstitutive Voraussetzung ist die Eintragung der Vormerkung, die den Gläubiger sowie die Art und den Inhalt des Anspruchs angeben muss. Der BGH hat aber festgestellt, dass eine bereits eingetragene Auflassungsvormerkung nach Erlöschen des zusichernden Anspruchs einen neuen, inhaltlich identischen Anspruch sichern kann. Der BGH hat also eine Aufladung zugelassen. Auch hier werden Sie die Details in der Vorlesung besprechen. Kommen wir zur dritten Voraussetzung. Es muss ein vormerkungsfähiger Anspruch bestehen. Nach § 883 Absatz 1 Satz 1 BGB sind nur schuldrechtliche Ansprüche auf dingliche Rechtsänderungen vormerkungsfähig. Die Art der Anspruchsgrundlage ist unerheblich. Es kann sich um vertragliche oder gesetzliche Ansprüche handeln. Vormerkungsfähig sind nicht nur gegenwärtig bereits bestehende, sondern nach § 883 Absatz 1 Satz 2 BGB auch zukünftige oder bedingte Ansprüche. Zu den künftigen Ansprüchen zählen aufschiebend befristete Ansprüche und solche, deren rechtsgeschäftlicher Entstehungstatbestand noch nicht vollendet ist. Dagegen sind bloß tatsächliche Erwerbsaussichten nicht vormerkungsfähig, denn man fürchtet eine faktische Grundbuchsperre durch Überlastung des Grundbuchamtes. Die Accessorität der Vormerkung zum Anspruch verlangt außerdem, dass der Anspruch besteht bzw. bei zukünftigen oder aufschiebend bedingten Ansprüchen die Entstehung des Anspruchs respektive der Bedingungseintritt nicht unmöglich ist. Kommen wir nun schon zum letzten Prüfungspunkt. Der Bewilligende muss auch berechtigt sein. Er muss also Inhaber des Rechts sein, das von der Vormerkung betroffen wird. Verliert der Berechtigte seine Berechtigung vor Eintragung, aber nach Stellung des Antrags auf Eintragung kann Ihnen § 878 BGB analog helfen. Pausieren Sie nun bitte das Video und überlegen Sie sich, wie Sie die Analogie begründen können. Haben Sie eine Idee? Denken Sie daran, Analogien immer zumindest kurz in der Klausur zu begründen. Liegt eine Regelungslücke vor? Ja, ein Regelungsequivalent zu § 878 BGB gibt es für die Vormerkung nicht. Ist die Interessenlage vergleichbar? § 878 BGB soll die Parteien vor dem Verlust der Verfügungsbefugnis während des Eintragungsverfahrens schützen, da sie dessen Länge nicht kontrollieren können. Die Parteien sind dem Grundbuchamt ausgeliefert. Diese Interessenlage besteht auch bei der Vormerkung, da sie erst mit der Eintragung wirksam wird und auf einen dinglichen Rechtserwerb zielt. § 878 BGB ist daher analog anwendbar. Das war es auch schon mit den Voraussetzungen im Einzelnen für den Ersterwerb einer Vormerkung vom Berechtigten. In der Vorlesung werden Sie diese, wie immer, weiter vertiefen. Kommen wir zum zweiten Verb der Vormerkung. Wie überträgt man eine Vormerkung auf eine andere Person? Das ist recht simpel. Wie Sie wissen, ist die Vormerkung accessorisch zur Forderung. Übertragen Sie die Forderung, folgt die Vormerkung. Alles, was Sie wissen müssen, ist daher, wie man eine Forderung überträgt. Bitte pausieren Sie dafür das Video und lesen Sie die Paragrafen 398 bis 401 BGB und überlegen Sie sich ein Prüfungsschema für eine Forderungsübertragung mit Vormerkung im Huckepack. Sind Sie soweit? Sehr gut, dann geht's auch schon weiter. § 401 Abs. 1 BGB benennt accessorische Sicherungsmittel, die bei der Forderungsabtretung mit übergehen. Sie haben sicher bemerkt, dass die Vormerkung hier nicht genannt wird. Auch hier hilft eine Analogie. Da eine Regelung für die Vormerkung nicht existiert – es existiert also eine Regelungslücke – die Vormerkung als ebenso accessorisches Sicherungsmittel sich jedoch in einer vergleichbaren Interessenlage befindet. § 398 BGB fordert, dass die Parteien sich über die Abtretung der Forderung einigen. Diese Forderung muss auch abtretbar sein. Das ergibt sich aus den § 399 und 400 BGB. § 398 BGB spricht nur von Forderungen. Doch auch künftige Forderungen können abgetreten werden, wenn sie hinreichend bestimmbar sind. Jetzt fragen Sie sich sicher, woher hinreichend bestimmbar kommt. Das Bestimmtheitsprinzip kennen Sie bereits aus dem Sachenrecht. Eine Forderung ist zwar keine Sache, doch das Bestimmtheitsprinzip betrifft jede Verfügung, auch solche über Gegenstände. Die Forderung muss daher hinreichend bestimmbar sein. Bestimmbar ist eine Forderung, wenn sie bei Abtretung so genau umschrieben werden kann, dass spätestens bei ihrer Entstehung Gegenstand, Umfang und Personen des Schuldners klar sind. Da die Forderungsabtretung eine Verfügung ist, muss der Zedent, also derjenige, der die Forderung abtritt, auch verfügungsbefugt sein. Im vierten Prüfungspunkt müssen Sie noch erörtern, ob die Vormerkung auch tatsächlich besteht. Besteht die Vormerkung, dann geht sie nach § 401 BGB analog accessorisch zur Forderung auf den Erwerber über. Besteht die Vormerkung nicht, dann können Sie sich an dieser Stelle über den Zweiterwerb vom Nichtberechtigten Gedanken machen. Dazu kommen wir am Ende des Videos. Soviel in aller Kürze zum Zweiterwerb einer Vormerkung vom Berechtigten. Schließlich werden Sie in der Vorlesung mit der Frage konfrontiert werden, wie der gutgläubige Ersterwerb der Vormerkung funktioniert. Nutzen wir unser Beispiel von vorhin. Elias ist Grundstückseigentümer und schließt einen Kaufvertrag mit Käuferin Katrin. Elias bewilligt eine Auflassungsvormerkung, die auch alsbald eingetragen wird. Bevor der Antrag auf Eintragung auf Eigentumsübergang des Grundstücks gestellt werden konnte, kommt raus, dass nicht Elias, sondern Carlos wahrer Eigentümer des Grundstücks ist. Hat Katrin dennoch, gutgläubig, eine Vormerkung erworben? Nutzen wir unser Prüfungsschema von vorhin. Elias hat die Vormerkung bewilligt, die Vormerkung wurde eingetragen und sie sichert einen vormerkungsfähigen Anspruch auf eine dingliche Rechtsänderung. Scheitert es nun an der mangelnden Berechtigung von Elias? Nein, ein gutgläubiger Erwerb ist möglich. Das wird im Ergebnis auch nicht bestritten. Umstritten ist aber die Rechtsgrundlage, die von der Rechtsnatur der Vormerkung abhängt. Die Rechtsnatur der Vormerkung werden Sie detailliert in der Vorlesung besprechen. Vorgeschlagen werden § 892 Absatz 1 Satz 1 oder alternativ § 893 zweite Variante in Verbindung mit § 892 BGB analog als Rechtsgrundlagen. Unabhängig davon, welcher Meinung Sie folgen möchten, wenden Sie das Prüfungsschema des § 892 BGB an, welches Sie wie wundervoll bereits kennengelernt haben. Ebenso werden Sie in der Vorlesung diskutieren, wann diese Voraussetzungen des guten Glaubens vorliegen müssen. Kann der maßgebliche Zeitpunkt zugunsten des Verkehrsschutzes vorgezogen werden? Ist es ausreichend bei Stellung des Antrages auf Eintragung der Vormerkung gutgläubig zu sein und dass bei Eintragung der Vormerkung das Grundbuch unrichtig ist und kein Widerspruch eingetragen ist? Was passiert, wenn das Grundbuch nach Eintragung der Vormerkung berichtigt wird? Freuen Sie sich auf die Vorlesung. Schließlich werden Sie den gutgläubigen Zweiterwerb der Vormerkung behandeln. Im Zweiterwerb vom Berechtigten, Sie erinnern sich, wird eine Forderung abgetreten und die Vormerkung folgt accessorisch nach. Was aber, wenn die Vormerkung, die der Forderung accessorisch nachfolgen soll, in Wahrheit gar nicht existiert? Kann der Zweiterwerber die Vormerkung dennoch gutgläubig erwerben? Besteht die Vormerkung nicht, weil die Forderung nicht existiert, ist kein gutgläubiger Zweiterwerb der accessorischen Vormerkung möglich. Denn dann müssten Sie die Forderung gutgläubig erwerben. Und das geht nicht, weil es keinen Rechtsschein dafür gibt. Anders als bei der Hypothek gibt es auch keinen § 1138 BGB, der die Existenz der Forderung fingiert. Kann man aber vielleicht § 1138 BGB analog anwenden? Immerhin, könnte man für eine vergleichbare Interessenlage argumentieren, sind Hypothek und Vormerkung beide accessorische Sicherungsmittel. Doch nein, § 1138 BGB existiert, um die Verkehrsfähigkeit der Hypothek zu erhöhen. Die Vormerkung existiert, um die Erfüllbarkeit der Forderung abzusichern. Ohne Forderung ist die Vormerkung also funktionslos. Scheitert die Forderung, dann scheitert die Vormerkung. Was aber, wenn die Forderung zwar besteht, die Vormerkung jedoch aus anderen Gründen gescheitert ist. Beispielsweise, weil der Ersterwerber der Vormerkung vom Nichtberechtigten erwerben wollte, selbst aber bösgläubig war. Der gutgläubige Zweiterwerb ist in diesem Fall nach herrschender Meinung möglich. Ein beachtlicher Teil der Literatur widerspricht jedoch. Ein intellektueller Grabenkampf, den Sie in der Vorlesung im Detail besprechen werden. Das war es auch schon mit unserem Video zur Vormerkung. Ich hoffe, dass Sie nun eingestimmt sind auf eine komplexe Vorlesung und wünsche Ihnen viel Spaß und bis zum nächsten Mal.